Liebe Studierende, willkommen zur dritten Videoübung des Semesters mit dem Thema Magnetische Induktion in einer sich bewegenden Leiterschleife. Tatsächlich mit dieser Übung werden wir uns mit dem Induktionsgesetz und auch mit der Definition des magnetischen Flusses auseinandersetzen. Erstens kurz zur experimentellen physikalischen Situation. Wir betrachten einen elektrischen Strom, I, der eben in einem dünnen Draht fließt. Und dann auch parallel dazu eine metallische Schleife, eine rechteckige Schleife der Länge A und Breite B. Später in der Übung, diese metallische rechteckige Schleife wird sich relativ zum Draht und parallel zum Draht mit einer konstanten Geschwindigkeit V bewegen. Vorübergehend betrachten wir eine sogenannte statische Situation, also bei einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir betrachten die Situation, wo meine rechteckige Schleife in dieser Position R relativ zum Draht sich befindet. Tatsächlich, um eben die Lage der Schleife zu definieren, betrachte ich als Bezugssystem diese vertikale Achse und ich bezeichne die Lage meiner Schleife mit der Ortskoordinate R und mit R identifiziere ich diese mittlere Achse der Schleife selber. Wir haben in der Vorlesung gesehen, dass elektrische Ströme eine sogenannte magnetische Wirkung besitzen. Das heißt, wenn der rettische Strom in einem Draht fließt, erzeugt man ein magnetisches Feld. Und man kann ein Magnetfeld in zwei Art und Weise darstellen, mit der magnetischen Feldstärke H, nämlich I als Strom geteilt durch 2Pi mal R, wobei mit R nochmals bezeichnen wir den Abstand vom Draht selber. Eine alternative Darstellung des magnetischen Feldes ist, via der magnetischen Flussdichte B, allgemein Produkte von µ0 als magnetische Feldkonstante mal A. So, in unserem Fall haben wir µ0 mal I geteilt durch 2Pi mal R. So, wir sehen, dass bei einem dünnen Draht die erzeugte magnetische Feldstärke ist inversproportional zum Abstand vom Draht selber. Jetzt die magnetische Feldstärke sowie die magnetische Flussdichte sind vektorielle Größe. Und wir wissen, dass die magnetischen Felder als vektorielle Größe tangent stehen zu den Feldlinien, in diesem Fall zu den magnetischen Feldlinien. In dieser spezifischen Situation als Feldlinien haben wir konzentrische Kreise zentriert mit dem Draht selber. So, ich kann mit der rechten Handregel sogar auch die Orientierung von meinen Feldlinien und wenn ich diese skizziere, dann habe ich eigentlich etwas in dieser Art und Weise. Was wir jetzt betonen müssen, ist, dass die rechteckige Schleife definiert auch gleichzeitig eine Fläche. Das heißt, die Feldlinien der magnetischen Feldstärke oder magnetischen Flussdichte können diese Fläche durchsetzen. Und die physikalische Größe, die mir quasi beschreibt, die Zahl der Feldlinien, die eine Fläche durchsetzen, ist der magnetische Fluss. Wir können schon antizipieren und voraussagen, dass wegen der inversen Proportionalität der magnetischen Feldstärke zum Abstand vom Draht, wir haben mit einer Situation zu tun, wo mein Magnetfeld nicht homogen ist relativ zur Fläche. Das heißt, wir müssen dann einen Weg finden, um eben den totalen magnetischen Fluss zu berechnen. Deswegen möchte ich erstens ein sogenanntes Flusselement einführen, das heißt dV, definiert als magnetische Flussdichte b mal Fläche Element a. Eigentlich, da wir mit vektorieller Größe zu tun haben, mein Flusselement dV entspricht dem Skalarprodukt, zwischen magnetischer Flussdichte und Flächenelement. Jetzt aber in unserer spezifischen Situation, wegen der Geometrie des Problems, können wir sagen, dass beide Vektoren immer parallel zueinander stehen. Weil tatsächlich, obwohl mein Feld nicht homogen ist in dieser Fläche, steht immer überall senkrecht zur Fläche selber. Und wir wissen, dass ein Flächenelement als vektorielle charakteristische Größe einer Fläche ist eben ein normaler Vektor, senkrecht eben normal zur Fläche selber, wobei Delta a ist die Größe der Fläche selber. So, in dieser Situation, wenn wir ein Skalarprodukt entwickeln, hätten wir mit einem Produkt zu tun, gleich b mal Delta a mal Cosinus des Winkels zwischen beiden Vektoren. Aber wie gesagt, da beide Vektoren überall parallel zueinander stehen, Cosinus von 0 ist immer gleich 1. Also, wir können hier ruhig schreiben b dA und wir können jetzt unsere vorherige Form für die magnetische Flussdichte einsetzen. Das heißt, ist Minul mal I geteilt durch 2Pi mal R und dazu noch eben Delta a. Jetzt müssen wir aber ein bisschen genauer ein Flächenelement definieren in unserer Situation. Und ich mache den Vorschlag, dass wir als Flächenelement solche dünne Streifen quasi auf dieser Fläche in dieser rechteckigen Schleife betrachten. So, wir haben hier mit diesen dünnen Streifen, diese definieren eine infinitesimal kleine Fläche quasi als Flächenelement der Länge a und der Breite hier Delta r. Und wir gehen davon aus, dass mein Flächenelement bei der Position, bei der Lage r, genug klein ist, sodass meine magnetische Flussdichte innerhalb meinem Flächenelement konstant ist. Dann kann ich wirklich hier das so weiterschreiben, Minul mal I geteilt durch 2Pi mal R und als Flächenelement explizit kann ich jetzt schreiben a, die Länge, mal Delta r. Dann haben wir jetzt explizit eine Darstellung für mein magnetischen Flusselement, Delta phi. Und ich kann jetzt versuchen, den totalen magnetischen Fluss zu berechnen. Das heißt, ich muss jetzt sämtliche Beiträge relativ zur Fläche eingerahmt bei meiner Leiterschleife addieren. Also, der totale Fluss, zum Beispiel bei dieser Lage r meiner Leiterschleife, ist dann gleich der Summe von sämtlichen Flusselementen und das ist nicht anders als ein Flächenintegral. Das wir sogar jetzt explizit schreiben können. Minul mal I geteilt durch 2Pi mal R mal A Delta r. Eigentlich, wir sehen schon, dass mein Flächenintegral wegen der Geometrie des Problems wandelt sich in einem Integral relativ zur Variable r. Das heißt, die Position, die Variable, die mir als Ortskoordinate die Position der Leiterschleife definiert. Für die explizite Integration muss ich noch die Integrationslimite definieren und für diese geometrische Darstellung und für diese Konvention für die Definition der Lage der Leiterschleife relativ zum dünnen Draht, kann ich tatsächlich sagen, dass r variiert zwischen r minus b-albe und r plus b-albe. Das heißt, mein Integral muss dann zwischen r minus b-albe und r plus b-albe berechnet werden. Und wenn Sie brav die Rechnung durchführen, die jeweilige mathematische Schritte sind detailliert in der Musterlösung dokumentiert, sollten Sie dann am Ende für den totalen magnetischen Fluss folgende Formel erreichen. Somit haben wir jetzt eine Formel gefunden für den totalen magnetischen Fluss in dieser geometrischen Fluss. Diese wurde aber berechnet, wie am Anfang angedeutet wurde, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, wir haben eine Fotoaufnahme der experimentellen Anordnung gemacht. Aber jetzt kommt die interessante Situation von einem physikalischen Standpunkt aus. Nämlich, dass die relative Lage der rechteckigen Schleife zum Draht, wo der Strom e fließt, verändert sich mit der Zeit, weil meine rechteckige Schleife bewegt sich parallel zum Draht mit einer Geschwindigkeit v. Das heißt, die Position oder die Ortskoordinate, die mir die Lage der Schleife relativ zum Draht definiert, ist eigentlich eine zeitabhängige Funktion, die ich so schreiben kann. r von t ist dann r0 als Anfangsposition. Diese muss ich noch später definieren, plus v mal t. Wobei v eben ist die Geschwindigkeit, mit welcher meine Leiterschleife sich bewegt. Wenn ich jetzt diese Funktion für die Zeitabhängigkeit der Lage der Schleife relativ zum Draht in diese Gleichung hier einsetze, dann habe ich gleichzeitig eine Zeitabhängigkeit wegen der zeitlichen Abhängigkeit der Ortslage des magnetischen Flusses. Das heißt, in dieser experimentellen Situation, phi ist nicht nur abhängig von der Ortskoordinate r, aber auch von der Zeit t. Das ist ganz interessant, weil wir haben in der Vorlesung gesehen, dass jedes Mal das eine Zeitabhängigkeit gibt im magnetischen Fluss. Das heißt, wenn der magnetische Fluss als Funktion der Zeit sich verändert, das führt zu einer induzierten Spannung. Das folgt nach dem Induktiongesetz. Wir können tatsächlich sofort schreiben, dass die induzierte Spannung wegen der zeitlichen Variation des magnetischen Flusses verursacht, verursacht hier durch die relative Bewegung der geschlossenen Leiterschleife relativ zum Draht, ist nach dem Induktionsgesetz gleich minus n, wobei n die Zahl der Windungen der Schleife ist, mal eben die Ableitung nach der Zeit des magnetischen Flusses. Jetzt in unserer Situation n ist gleich 1, weil wir haben mit einer einzelnen Schleife zu tun. Physikalisch n beschreibt die Zahl der Fläche, die effektiv zur Verfügung stehen, sodass die Felllinien des magnetischen Feldes diese Fläche durchsetzen können. Mit dem Minus bezeichnen wir die richtige Polarität der induzierten Spannung nach der Lenzchenregel. Wenn Sie jetzt diese Formel als Funktion der Zeit oder nach der Zeit ableiten, dann haben wir die induzierte Spannung. Auch hier überlasse ich Ihnen die jeweiligen mathematischen Schritte, die Sie ganz brav in aller Ruhe auch mit Hilfe der Musterlösungen durchführen können. Ich gehe sofort zum Endergebnis. Und man bekommt µ0 mal I geteilt durch Pi mal A, eben diese Länge der Schleife, mal 2V mal B geteilt durch 4V im Quadrat T im Quadrat, plus 8VTR0 plus VR0 im Quadrat minus B, nämlich diese Breite hier, der Schleife im Quadrat. Und dann haben wir jetzt hier eine explizite Darstellung der induzierten Spannung in diese experimentelle Anordnung als Funktion von den Parameter des Problems. Nämlich, wie gesagt, schon die Dimensionen, also die Größe, Länge und Breite der Schleife, die Geschwindigkeit V, mit welcher meine metallische Leiterschleife sich bewegt, der Strom I, der eben in diesem Draht fließt, und selbstverständlich auch R0, das wäre dann die Anfangsposition, wo diese Bewegung, wobei diese Bewegung tatsächlich startet. Und wir sehen, dass die induzierte Spannung übrigens ist auch eine Funktion der Zeit. Somit haben wir die Frage A des Problems beantwortet. Wir können sofort auch die Frage B behandeln. Man fragt hier nach dem Strom, nach dem induzierten Strom, der eben in der Schleife als Folge der induzierten Spannung fließen wird. Wir haben, wie wir mal angedeutet, mit einer metallischen Schleife zu tun. Sogar der Widerstand der Schleife ist bekannt. So, wegen des Induktionsgesetzes, haben wir hier zwischen zwei beliebigen Punkten in dieser metallischen Schleife eine induzierte Spannung. So erwarten wir nach dem Ohmsche Gesetz, dass die induzierte Stromstärke ist dann gleich dem Verhältnis zwischen induzierte Spannung, und das haben wir gerade berechnet, geteilt durch den Widerstand R der Schleife selber. Um diese Formel explizit zu berechnen, müssen wir auch definieren, wo meine relative Bewegung beginnt. Das heißt, wir müssen R0 als Anfangsposition definieren. In der Fragestellung, man geht davon aus, dass R0 gleich B-albe ist. Und wenn wir dies betrachten, dann erreichen wir folgende Formel für die induzierte Stromstärke. µ0 mal I geteilt durch Pi mal A geteilt durch 2 mal T und das Ganze multipliziert B geteilt durch V mal T plus B und alles nochmals mal 1 über R. Somit haben wir nochmals eine explizite Formel, die auch schon zeitabhängig ist, für die induzierte Stromstärke in meiner Schleife. Und die Aufgabe gibt Ihnen auch numerische Werte für die jeweiligen Parameter. So mit dem Taschenrechnen können Sie dann auch die numerische Auswertung für die induzierte Stromstärke selber berechnen und dann Ihre Ergebnisse mit der Musterlösung vergleichen. Ich glaube, das war eine ganz interessante Übung, wo wir uns mit dem Induktionsgesetz und mit der Definition des magnetischen Flusses auseinandergesetzt haben. Und besonders hier war die Tatsache, dass mein Feld, erzeugte bei dem Strom I, der eben in diesem dünnen Draht fließt, nicht homogen ist. So der totale magnetische Fluss ist tatsächlich ein Flächenintegral und wir haben gesehen, wie man strategisch solche Flächenintegrale sich berechnen lassen. Aber dann haben wir auch festgestellt, dass als Folge der relativen Bewegung gab es eine implizite Zeitabhängigkeit des Flusses und das nach dem Induktionsgesetz führt zu einer induzierten Spannung. Ich freue mich sehr auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen. Auf Wiedersehen.